Herzlich Willkommen zurück zu Alien Isolation Part Nummer 11 Geht mir zur Zeit richtig auf den Sack ey Mann, äh, da wo es wohl lang, da lang, meine Fresse, wo es denn nicht so verfickt, Entschuldigung, äh, Schlüsselkater Meine Fresse, ich drehe jetzt durch, Alter Private Räume So, und hier Oh, da sind scheiß Drecks, wie, Alter, verpiss dich, ey Du kommst in dieses Spiel nicht voran Dann ständig diese scheiß Drecks, wie, Alter, hinter dir her ist Ey, du sollst ja nicht schönen, Alter, du sollst die Stucken, verdammt nochmal Ah, ja, ja, schön Ach, hier sieht's ja richtig sauber aus Inventar voll, sauber Hm, könnte man mal wischen Oh, yes Schlüsselkater Ich weiß nicht, was der hier für ein Knopf ist, aber ich dritte einfach mal Ey, verpiss dich, ey Überall ist diese verdammte Drecksfüge Ist das drin, oder draußen? Och, Mann, ey Kehren sie zu Dr. Kuhlmann zurück Oh, Vater, Alter Hm, Termine zugreifen, klar Geh erst rein, dann bin ich tot, Alter Oh, komm, ey Ich glaube, so eine scheißige Zeit Oh, Alter, bis ich da bin, bin ich sowieso tot, Alter Mann, 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 ey Wie geht die Spiele, lieber, ey Kommst du nicht voran, dann diese verdammte Schleichen Wollt mich sowieso ankotzt Na, ich wollte schon sagen, Alter Oh, Alter, seid ihr fertig, Alter Mit dieser scheiß, ähm Durchgänge, Alter Wir vorankommen, Alter, nicht, dass ihr mich hier schön gekippt, Alter War eine falsche Laufen, ey Boah, Alter, das Spiel macht mich hier voll fertig, Alter Ja, naja, wir haben es ja auch schon 23 Uhr Von daher Spielt Keine Rolle Ähm Ich werde mal Diese Untertitel einstellen Eigentlich waren sie drinnen Hm, Untertitel ein Hm Ja, witzig Mal gucken, ob er sie diesmal anzeigt Boah, wieder, ich schwächer hier erstmal ab, ey Ja Verdammt, Coolman Sie wussten, dass dieses Ding hier ist Das ist unfair Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist Und jetzt den Zugangscode 1702 Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen Natürlich, natürlich Versprochen ist versprochen Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten Ich gehe in den anderen Raum Und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren Ey, Koffer, der verarscht mich nicht, Alter So, wo ist er jetzt hin, hierrand? Der stimmt doch irgendwas nicht, ey Ich merke das, ey Ich merke das, ey Komm, noch hin So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los Das stimmt irgendwas nicht, ey Ich bin viel zu ruhig Aufzug Wo ist denn der Aufzug? Äh, warte mal Ich denke mal, das ist doch richtig Gehen Sie zu sein größter Krankenstation haben wir Allerdings Mein Kopf gereinigt, ey Das ist ja heftig, ey Sobald Kassenstation empfiehlt sich so Kassenvericherung Fürsorge fernab der Heimat Führen Sie ein Midi-Kit Ha, 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 ha Ha, ha, ha Weg mit die Kit habe, Alter Weg dort, Alter Speich mal hier Mal ganz fruchtig ab Und dann Sehen wir uns im Nächsten Part Wieder Und dann Gehen wir zu Zwerden Christabel Krankenschon Wartung Und Leichenhalle Also Haut da rein Bis dann Finden Sie ein Midi-Kit